Ich muss mal ganz kurz eben aktualisieren das Spiel Genau, danke, dass das Lied mir geantwortet hat 10 MB, fertig Boah, Terrence hat mich gekillt, Alter Bauligs, danke schön für den Prime im vierten und Suki, danke für den Prime im elften Also für diejenigen die ihr jetzt noch nicht mitbekommen aber wir gehen fast Morphobia spielen Was für ein Lied, Alter Halbe Porno Grüß dich Willkommen Grüße 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 Milo Mila Milo Mila Ich hab Hunger Ich hab echt Hunger Ist jung Belly Gold, danke schön für den Zappen und herzukommen Danke schön Wenn ihr die Mila hört, einfach Augen zu und zu Wie geht's dir Mila Was soll dem RP Mila Schäfst du dich? Nein Du hast einfach eine sehr angenehme Stimme das mögen die ganzen Leute Du musst dich damit Okay, die Musik, die ich hier gerade abspielt die geht nicht Egal Du musst dich da einfach mit Wie sagt man? Abfinden Abfinden Ich bin schüchtern Ja, ich auch Ich versteck mich ja auch immer hinterm Baum Warum bin ich ein Creep? Hinterm Baum Neuermal Neuermal Ja, wer wollte jetzt ein Wer war das gerade, der mitspielen wollte? Äh Wiss ich ja nicht War das Beatty? Ich glaub, das wäre einer von Wer war das? Nein, das war das Beatty oder nicht? Da Vinci wollte Und das war aber nicht da Vinci Der hat doch eh Angst Ja, der Vinci hat eh Angst Hoi Suse Angsthase Hure Boah, mich triggert das so sehr Das unten rechts Windows aktivieren steht Ne, ich raste aus, Alter Warum steht das da? Ja, Beatty Dann kommen sie in eine Teamspeak-Applikation Ich komme nicht in ein Teamspeak rein Danke Zwei Wege authentifiziert Die verstellt nicht ihre Stimme Das ist Milas richtige Stimme So, eigentlich höre ich mich männlich an Oh, geil Was? Hallo, Frodo Hallo, Frodo Brauch mal kurz ein paar Minuten Wie lange brauchst du? Zerbiti Ich muss mein altes Handyman raussuchen und mal nicht die Applikation drauf öffnen Ach Hallo Komm, ihr habt Geben sie mir Welcome back Der Shotty ist so eine Sau Der schickt immer in WhatsApp irgendwelche ekelhaften Videos Bruder, ich habe mich bei Microsoft schon mit meiner E-Mail eingeloggt und alles Und habe versucht darüber Windows zu installieren Auch über diese Problembehandlung Und dass ich neue Hardware angeschlossen habe Das funktioniert nicht Ich habe auch schon ohne Microsoft-Konto versucht Ich habe schon mit einem anderen Microsoft-Konto versucht Ich habe schon versucht mit einem anderen Key Das funktioniert alles nichts Aber der Ink, der Vater, wird mir nachher helfen Wann kommt Milos erste Synchronsprecher, Wolle? Du hattest tatsächlich schon mal vorgesprochen, ne, Mila? Ja? Für Synchronsprecher? Ähm, ich habe mal quasi mit jemandem gequatscht Ähm, aber es wurde gesagt, ich müsste in eine Großstadt ziehen Und darauf habe ich keine Lust Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! Machst du Lobby auf? Ja, ja Warte, ich muss das Spiel nur umstellen dann Ihr habt ja aber nicht diese Beta-Kacke an Doch, wir haben Beta an Oder? Echt? Mila? Ja, ja, doch, Beta bis an Ja, dann muss ich noch raus Dauert, ist da eh nur 50 im Weg Ah Da ist wahrscheinlich der Key mit verknüpft gewesen Aber ich habe ja auch zwei neue Keys Der eine Händler, bei dem ich das gekauft habe Der hat mir sogar noch einen zweiten geschickt Aber Max hat mir gesagt, dass die ganzen Keys, die man im Internet so kauft, alles Skamass ist Ist Mila auch bei Twitch verstritten? Ja, aber die streamt nicht Vielleicht irgendwann mal Ruhe Oh Mila, was kam jetzt alles neu? Äh, nicht viel Also, äh, die sind halt gerade dabei Ein Prison Level zu machen Aber das, was jetzt neu ist Ist eigentlich nur, dass du, wenn du tot bist Äh, Gegenstände wie Teller und Tassen Kannst du, also damit kannst du interagieren Kannst du aufnehmen und werfen Und andere sehen das auch? Ja, genau So, Spiel müssten wir mal sehen Halli Dude Hallo, hört ihr mich? Hallo, hallo Woher? Aua Ich glaube, ich habe einen Mückenstich, Alter Dann war Milos letzter Streamball Das ist schon lange her, ne? Ah, nein Greaky Time Kein Problem Jay, was möchtest du erst? Ich, boah, ich habe keine Ahnung Was schreibt der bei WhatsApp Meine Meine Tiefsten Wünsche Grüße, hallo Jay, hallo Hm Füße Ich habe die Kirche früher von den Schulrechnern abgeschrieben Obwohl, du bist ja ein richtig Krimineller Kannst du Fatello grüßen? Fatello, Habibi Ich grüße dich Du bist ja ein richtig Krimineller, du Ich hoffe, dass der Ink mir nachher helfen kann, Mann Alter, mich triggert aus des Todes Du kannst auch, wenn du Windows nicht aktiviert hast Keine Hintergründe ändern und so'n Kack Also du kannst schon, aber von Umständen nicht Oha, der Ball springt da jetzt richtig Ja Stimmt das auch, ne? Acht Gigabyte Was? Acht Gigabyte Der Ball Ja, ich lasse die Punktzahl eh sofort, 20 Bessere Grafik als Jodi Ja, der Vater schafft das schon, der alte Hickamecker Naja, Andi, darum geht's ja nicht Bin ich zu laut? Es geht allgemein um die ganzen Naja, du bist nicht laut, ist okay Es geht um die ganzen allgemeinen Eigenschaften Die du nicht machen kannst, wenn du Windows nicht aktivierst Außerdem ist das dumm, wenn man Windows nicht aktiviert hat Warum sollte ich dafür die Lizenz nix zahlen, wenn ich das so benutze, das Betriebssystem Wer fehlt denn, Tyrese? Tyrese? Okay, ich muss euch gleich ein bisschen lauter machen Wollen wir mal Sachen hinzufügen Was haben wir denn? Level 190 Ich bin ready Wer ist 119? Oha Boah, ich bin schon Level 50, aber das ist nicht viel Warum bist du 119? Äh, Kenji, ja, ich hab wohl noch Sinn 119 geboren Welche Map ist das? Hilfe Doch, vom Matterhorn, ich geh auch allein rein Ich hab nicht mehr so viel Angst Glaube ich Tyrese, sag mal deine Zähne Oh, sieht gut aus Du, boah, du bist echt leise, ne? Keine Ahnung, du bist bei mir ein bisschen lauter Ja, du kannst das unter Escape ändern Mich leiser machen Aber du musst dich mal unter Windows ein bisschen lauter machen Ja, Moment Boah, BT Mila mit ihren krassen Gaming Computer Ich geh alleine rein von Matterhorn Ich hab keine Angst mehr Ich bin professioneller Geisterhunter So, check, check Caber wide Die reagiert nur auf alleine, ne? Kann das Was haben wir aus dem kleinen Hat einer Ich hab jetzt Buch, ne? Ich hab Buch und Fotokamera Ich hab ihren F Funkscheck Hör dich nochmal Ja, ja, ist gut jetzt Ja, das brauchen wir denn Das hab ich jetzt nicht geguckt Caber wide heißt die Ja, wir sind auf Profi Profi Ich nehm ne Kamera mit Für das geißte Foto Bist du hier Bist du hier Ja, fast, Bruder Fast Man hat dich nur drei Kilometer weiter gesehen Wo ist die? Ähm, ich höre die ganze Zeit so ein Stampfen Ja, ja, 12 Grad Ähm, Waschmaschine Du musst aber auf 30 Grad waschen Wo bist du denn? Ähm, unten bei der Küche Daneben ist dieser, äh, Waschraum Hier, oder was? Ja, wir sind auf 10 Grad Ich mach Dings Buch, ne? Mhm Hab ich ihn gelegt Oh, das wird teuer Der Stromverbrauch Was war das? MF? Oh mein Gott Das ist aber neu mit den Schritten Die reagiert nur alleine, ne? Mila Soll ich mit dir reden? Ja Ja, kannst du Äh, hast du installiert, ne? Die Sprache Nee, hab ich noch nicht Dann wirst du nicht so schnell in der Anfahrt Guck mal da Bist du hier? Wie hieß die nochmal? Carol White, ne? Carol White Carol White, bist du hier? Gib mir ein Zeichen Die hat ins Buch geschrieben Gib mir ein Zeichen Und bitte bring mich nicht um Oh mein Gott Was war das? Was war das? Oh mein Gott Deutzem Moll Rüse MF4 haben wir MF4 Was war das? Was war das, Junge? Was war das? Da war irgendwas vor mir Du kannst doch Deutsch mit dir reden Aber dann kriegst du nicht so schnell in der Dings Begin English, begin English Gib mir ein Zeichen Ich hab noch gefunden, mach ein Gib mir ein Zeichen Haben wir eine Kamera drin, wegen Geisterops? Okay, haben wir jetzt Äh, hab ich jetzt aufgestellt Gib mir ein Zeichen Gib mir ein Zeichen Ich muss alleine sein Hallo, bist du da? Du ge- Okay, die hat mir ein Zeichen gegeben Äh Bist du da, bist du da? Gib mir ein Zeichen Aber mach nicht das Licht an Du dreckige Wie alt bist du? Carol White Junge, irgendwie sind die Sounds Mila, 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 Mila Reden du, Mila Ja Kannst du bitte reden, bitte Dankeschön Wir brauchen noch, weil ich die Räucherstäbchen für die Darm Hab ich gerade genommen Ich bin ein Zeichen Wir müssen raus, ne? Sonst redet die nicht Was brauchen wir alles? Ich hab jetzt Räucherstäbchen Hast du die schon benutzt? Nee Weißt du, wie du die benutzt von gestern? Ich weiß wie Okay Temperaturen haben wir auch keine, ne? Beide Ja Was denn? Ich hab jetzt den Grad gewesen Geh jetzt da rein und räuchert die Räucherstäbchen Ja, du musst erst den Raum Wir müssen erst den Raum abchecken Ja, okay Geißerbox ist es Ähm, habt ihr ein Foto vom Buch gemacht? Nein, ich mach Ich guck mal nach Flinger abdrücken oder so Aber da geht ab, aber kurz war Ähm, kann nur noch Geisterorb oder äh, nicht Geister Orb, sondern, äh, IMF 5 Welches ist denn die? Wer hat das IMF? Seine Ja, weil die Nutter vor mir war 23 4 Grad Ähm, wer von euch hat das IMF? 1 Grad auf der Welt Ah, ähm, die Achtung auf die Aktivität 3 Grad, ich hab das schon fotografiert Ich hab aber den Knochen gefunden und mitgenommen Was ist mit Fingerabdrücke? Ja, gib uns ein Zeichen Wer hat Fingerabdrücke? Nee, nee, kann nicht Nein, 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 es kann nur noch IMF Geist, lass elektromagnetische Impulse los Schon okay Carol White Ich bin wieder Wahrheit oder Pflicht Carol White Machst du da, Junge Ich hab dich Carol White Gib uns ein Zeichen Carol White Gib uns ein Zeichen Hure 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 Die kommt ja von da Näh Die rennt hier die ganze Zeit Die Geister sind überall rum Äh, wenn Bunny Schade ist, dann macht die nur was alleine Auch Also, müsste einer alleine mit dem IMF Erzähl Write Nö Ja, du hast IMF alleine Geh komm Nö ani Hure Gäber Es ist auch die ganze Zeit auf Null Nein Schnell Her Hi scheiße preferences ob du mich noch identifying Wenn du mich nicht nenne heißtkeigt Ich bin dermeer der bei der bei deiner Mutter Im Bett pennt 謙 Papa? Papa, du bist Sissi. Ich hab gesagt, du wirst ein Kippen holen. Die ist vor dir, die ist vor dir, die ist vor dir. Meine Ohren sind gar kein Kippen. Ja, dann wird das ein Shade sein auf jeden Fall. Ja, aber wir brauchen ein Foto von der. Ja. Dann wäre das letzte EMF 5. Warte, warte, hast du eine Kamera dabei? Ja, okay. Ja, viel Spaß. Aber war doch gar kein EMF, oder? Hat die EMF auch geschlangen auf 5? Auf 4? Ja, aber kann sein, dass das auf 5 geht. Ist auf jeden Fall ein Shade. Tyrese, wir brauchen ein gutes Foto. Wir müssen Schnute machen. Mach das Licht aus, Junge. Mach das Licht aus. Die kleine Kutte aus. Die kleine Kutte aus. Die kleine Kutte aus. Die kleine Kutte aus. Tyrese, kannst du Licht ausmachen, bitte? Und mach die Tür zu. Ich muss ja wegkriegen können. Warum hat denn der so eine Boiler in der Hose? Das ist im. Die heißt Carol White, ruf die. Sag, du willst ein bisschen Date mit der. Carol White? Ja, da Vinci komm du mal lieber an Geister-Spin, du Schisshase. Siehst du, Milan, so eine Kamera habe ich in deinem Schlafzimmer auch. Mach dir nur die Türen auf, aber die redet nicht. Die soll nicht reden, die soll sich zeigen. Wir brauchen ein Foto von der. Ja, die zeigt dich aber nicht. Ja, du musst die provozieren. Ja, du bist auch geistig noch zu fit. Mach weiter. War kurz auf 10. Red mit der. Erzähl der von deinem Arzttermin im Krankenhaus und so. Lack, wo ist der hin? Ah Gott, ich geh auch rein, Alter. Wenn der jetzt rauskommt. War doch Aktivität auf 10. Der ist wieder im Raum. Ja, bitte? Mach das Licht aus, Junge. Hast gesagt Kid Boy. Die macht das Licht an. Ich mache geh nix. Ich warte auf die Carrie White. Carrie White, Carrie. Carol White, Junge. Ach so, Entschuldigung. Die hat doch noch nicht einmal gejagt, Mann. Der lame Geist. Sei von Shade. Kann das sein, dass die oben ist? Ich höre oben Schritte. Nee, die läuft bei dir im Raum rum. Okay. Ich geh nochmal. Cool, Baby. Jetzt Geisterjagd. Jetzt, jetzt, jetzt geht's ab. Fuck. Wir brauchen unbedingt mehr Kameras. Ich habe Windows 10 Pro. Glaub ich. Ja doch, ich habe Pro. Bodi. Die hat auf jeden Fall gesehen. Guck mal, sein Sanity. Der hat aber kein Foto. Ja, wer von uns geht als nächstes? Ja, ich geh. Willst du Bill nehmen? Tyrese? Kann ich raus... Ja, kann ich rauskommen. Ja, du kannst rauskommen. Guck mal, Kamera hier. Wat? Mach jetzt Flickshack-Over-The-Quickscope-Foto. Hi. Ich habe viel wieder gemacht. Ich habe nicht geschafft. Ich habe zu dir geschaut. Ich habe zu dir geschaut. Habt ihr jemand in dem Wasser fotografiert? Wir brauchen kein Bild von Wasser. Oh, oh, die jagt schon. Hahaha. Die hat es doch echt. Ich geh nächstes rein, wenn du nicht schaffst. Wenn du stirbst, wenn ich rein bin. Doch, es gibt doch eine Pro-Version, man. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bin noch 7 Pro. Hä? Weil ist ja nächster Hinweis an der Letzte. Wat für'n Hinweis? Wir brauchen nur noch ein Foto. Achso, E-M-F5. Ja, aber hier... E-M-F5. Okay. E-M-F5. 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 Was ist das? Oh, guck! Null! Null! Nein! Fuck! Ich glaub, ich hab die nicht getroffen. Du kannst die Sachen jetzt echt richtig gegenwerfen, ey. Ehrlich? Ja, ich hab die ganze Zeit die Tafel gebrochen. Wo sind die? Unten. Tafel. Mann! So ein Schuhwerfen, Junge. Anne! Flickfleck, Oberdeck. Doch, Bilder, die mir in Hand gemacht werden, zählen auch. Ich bin dem Gedanken bei dir, ganz klar. Ich bin dem Gedanken bei dir, ganz klar. Oh mein Gott. Oh, die ist süß. Die hat einen Schlafanzug an, Alter. Ey, Bruder, die hat einen Schlafanzug an. Ich weiß. Oh, recht angenehm, als du mich damit gekillt hast. Ja, man kann jetzt Sachen werfen und die anderen sehen das. Guck jetzt. Oh! Oh! Hey! Was denn? Puppe! Hast du Shade eingetragen? Ja. Ich hab 30 bekommen, Alter. Geil, reicht. Ey, die kam wie so ein Creep die Treppe hoch. Ne, ich hab die nicht auf Bild bekommen. Die hat mich so auseinander genommen. Da ist die ganze Zeit in der Ecke drüben, schon auf einmal steht die da. Kapitel? Super. Ja. 他說p Housepice. Oderати? So, wir haben Highschool. Och nöööööööyll. Boah. Freut mich ja, super. Ey, ich hab das letztens... Alleine gesagt. Red nicht. Du bist ja nicht理isch wie vor. Highschool auf Pro! Oh mein Gott, bitte nicht. ich gehe mit mila du bist ja ich bleibe im van ich gehe mit mila da das ist eine ganz klare kiste auch nur tarry ist oh mein gott ehrlich jetzt jetzt sind wir nur zu dritt tschüss tschüss wir sind nur zu dritt haben jemanden verloren ja sind am arsch mila wir sind nur zu dritt wir müssen jetzt uns aufteilen ja ich brauche dann nämlich dings wie viele mf reader haben wir ja und was soll ich dann nehmen nicht imf sondern temperatur und geister box auf einer muss zu zweit geht ihr beide ich gehe alleine schaffste ja dann geh du nach oben weil oben braucht man nicht so lange wie die ist unter euch die türe ja was mila dann im du imf und gibt mir gibt mir dings temperatur warte wie heißt der geist und auf was an ja warte ich guck ich hab schon ein telefon gehört ja fängt ja schon gut an gruppe und der heißt mark johnson der typ heißt mark johnson und der reagiert auf gruppen naja lenzung aber ich glaube ich habe auch schon alles probiert soll willst du emf nehmen und ich nehme gedingens temperatur alter was soll ich nackten ich schmeiße erstmal die kamera hin ja und emf ja du hast doch emf oder nicht nein ich hab geister box warum haben wir nur ein emf gerät bei weiß ich nicht wo geht der nach oben oder unten du gehst nach oben oder oben hockt ja ich glaube ich weiß ich glaub der runden ich glaube ja ich glaube ich weiß welcher Oh mein Gott, was? 12 Grad, aber... Und Geisterbox, gib uns ein Zeichen. Hä, warum reagiert der so oft? Wie alt bist du? Warum reagiert der so schnell auf deutsche Dinge? Weil ich das Sprachverkette... Okay, ich installe mir das auch. 9 Grad, hier. Bist du hier? In der Tour und alle weiter geradeaus. 10 Grad. Genau. Also so, wenn du in der Turnhalle bist, dann gehst du links lang. Du dich einfach... Der macht die Tür zu. 9 Grad. Wie alt bist du? Ey, shit. Nein. Hä, der hat so instant reingeschrieben? Oha! Der hat instant ins Ruhe geschrieben. Oha! 7 Grad. Ja, wir brauchen Kamera, ne? Ja, ich hab Fotograf... Okay, ich hol ne Kamera. Ich hol ne Faschlampe. Ich hol ne Faschlampe. Ich glaub auf jeden Fall räuchern steht. Okay, der geht auf 3, Räumung. Gehen, gehen. Gehen, gehen. Gehen, gehen. Der muss durch Salz laufen. Salz. Nimmst du Salz mit? Ich nehm Fingerbrücke. Ja, warte, dann... Ne, nimm du besser Räucherstäbchen. Ja, was soll ich denn dann... Hä? Ja, dann nimm... Gib mir die Dings. Der schmeißt das Buch? Nimm du die Räucherstäbchen und Feuerzeug. Ja, ich muss eins weglegen. Geht nicht. Und wir müssen die Kamera mitnehmen für Orbs. Oh, ich hab gefragt was er will und er ist so da, ey! Okay, dann nehm ich keine Taschenlampe. Räucherstäbchen. Nimmst du Räucherstäbchen heute? Ja, ja, ich nehm Räucherstäbchen und Salz. Nehm ich keine Dings mehr. Ich hab aber schon Räucherstäbchen. Dann nimm du die Kamera, ich nehm Räucherstäbchen. Kollege. Okay. Willkommen Mila, willkommen. Du musst länger funkeln. Okay. Hey bitte, der Funk ist abgebrochen. Hehehe. 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 Ich... Ich spüre was. Lember wird jetzt sagen geboren. Ja, wir sind so geboren. Hehehe. 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 Was? Was willst du? Kill. Die. Ja, aber der ist doch schon tot. Was willst du? Death. Dad. Was willst du? Geld. Oh. Wie alt bist du? Geld. Kid. Wo bist du? Wie alt bist du? Geil? Wo bist du? Wo bist du? Wo? Wo? Genau, mein Vater ist fertig zu Santy. Ich habe einiges in der Raum mit meiner Röscher Stab. Genau, mein Vater ist fertig zu Santy. Wir haben Fingerbrücke. Hat einer Windkamera dabei? Der muss nur durch Salz laufen, ne? Ja, ich... Ich habe... Hier, ich leuchte dir den Weg an. Fingerabdrücke. Wir haben Spirit. Hier. Der muss trotzdem noch durch Salz laufen. Ich habe hier einen Eingang und hier einen Raum. Mark, zeig dir. Der war, glaube ich, einmal jagen. Mann, zeig dir. Wie alt bist du? Ah, auf mich antwortet der... Was willst du? Echt? Wo bist du? Wer? Der ist weit weg. Liebst du mich? Was willst du? Nein, nix erzählen. Oh, mein Gott. Liebst du mich? Bist du ein Mörder? Willst du küssen? Willst du küssen? Bist du Mashallah der Hübsche? Bist du Mashallah der Hübsche? Wie bist du gestorben? Wie bist du gestorben? Wo bist du? Wo bist du? Wer bist du? Ja, das ist gut zu wissen. Ich bin's nicht. Ich schwöre. Ich bin's nicht. Wo bist du? Wunderlich. Are we aware next? Wer bist du? Gib uns ein Zeichen. Wer? Gib uns ein Zeichen. Wer ist der momentan eine Teleportation beherrscht? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin ein Zeichen. Lauf du statt Salz, bitte. Wir brauchen Geld. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin ein Zeichen. Haltes Maul. Wie bist du gestorben? Wie alt bist du? Ich bin ein Zeichen. Bist du drei? Das ist kein Kind. Das ist kein Kind. Das ist kein Kind. Das ist kein Kind. Das ist ein Lügner. Ist das ein Lügner? Ich hab ihn fotografiert. Der muss durch das Salz laufen. Wo bist du? Drei. Ja, das ist gut. Dann bleib auf der way. Wie heißt du? Was willst du? Wie alt bist du? Du Hundesohn. Wie alt bist du? Das ist kein Kind der Drecke. Ich meine nicht dich, meine Geist. Hallo, Paveli Wonka. Hier pennen sowieso immer alle. Mach schon mal. Ich will nur Urlaub haben, ja? Tiri Sides Maul. Tiri Sides Maul. Warum? Er ist durch selbst gelaufen. Alles gut. Ja, wir sind fertig. Spirit, ne? Boah, ey. Was ist denn? 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 Der war auf einmal vor mir und ist auf mich zugelaufen mit seiner Macheto oder was das war. Also, war der gelogen, war kein Kind. War kein Kind, also ein Kind nicht. Vielleicht ein Teenager, der im Alter aussah. Aber ein Kind war das ganz sicher ein Lügner. Dreckige Lügner. Genauso wie du. Warum ich? Jetzt zähle mich. Was haben wir denn? Warum auch, wo? Äh, Farmhouse hat etwas anderes gemacht. Okay. Also schon, aber alles nur Anfänger und Ben. Nein, nein. Hallo, Kat, das ist für mich. Hallo. Hallo, Giovanni. Hallo, mein Name ist Bora. Was kann ich von dir tun? Sehr nice. Ah, ich hoffe, dass der Vater gleich nur da ist, als ich will Windows aktivieren. Küsse mich hoch. Äh, nein. Äh, 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 äh... Äh, nein. Ich hab keine Sündation. Ich hab das genau gesehen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Kann ich mal. Können Sie gar nicht gesehen haben. Lensung. Das habe ich auch schon alles gemacht. Das ist der Mark Smith und der reagiert nur auf der Leine. Ey, cool, sie fickst einfach vor dir werfen, ne? Ja, einfach da hinwerfen, wo du denkst, dass der erscheint. Wie hieß der jetzt nochmal? Mark. Mark Smith. Gute Nacht Biohazard, schlag gut. Gute Nacht, tschüss. 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 Und Eibeam, danke schön. Mark Smith. Was ist los mit dem Essen? Wir haben hier oben Knochen. Hab fotografiert. Na Yoshi, du Schlingel. Mr. Mark Smith, bitte zur Kasse 4 kommen. Muss meine Voodoo-Puppe auch fotografieren? Hallo? Ich glaub, Mila, Mila kann schreden. Äh, weiß nicht. Ooooooh, wer in den Raum? Hier oder was? Äh, hier in der Waschküche. Ist hier kalt? EMF 3? Er hat die Tür bewegt, das ist... Mark Smith, gib uns ein Zeichen. Ich geh dann kurz raus. Warum, der reagiert auf Gruppen, oder? Oder willst du? Ja. Echt? Ich glaub schon. Bist du hier? Warte, warte, warte. Er hat geschossen, oder? Nee, der kann. Ähm, er ist so... Ich glaub, der reagiert nach... Willst du? Nee, nee, mach du mal. Ich geh mal in den Orbsschunk. Oh, EMF 3? Ich leg da mal in mir hin. Wie kann man denn die Kamera abnehmen? Gefriertemperatur. Wir haben, äh, Gefriertemperatur. Wir haben, äh, Gefriertemperatur. Wir haben, äh, Gefriertemperatur. Schlaf gut, Uppawildi-Bunker. Wir haben, äh, Gefriertemperatur. Ja, Alter, antwortet? Nee, doch nicht. Okay, der hat auch geantwortet. Und Gefriertemperatur. Mach mal bitte das Lichter aus. Wir haben einen Gin, äh, ich mach den Strom... Warte, wir haben keine Orbs. Ich glaub, das war Dings, nur der Atem. Echt nicht? Nee, nee. Ich vermisse deinen Atem. Hat keiner Buch hingelegt? Doch, leg eins. Ja, komm, wieder rein. Muss ich fix das auch in den Raum brennen. Komm, wieder rein. Welche Kamera? Ich hab eine bei. Wir haben Fingerabdrücke. Okay. Läuchte, Motte. Weiter runter. Äh, aber... Was haben wir alles? Was denn? Die Fingerabdrücke sehe ich. Da, der war an der Tür. Okay, dann ist dein gesperrt. Ah, Töpfchen, naps. Ja, Neusi, aber... Backseat Gaming bitte nicht. Wir haben Gefriertemperaturen. Geisterbox, oder? Hat der geantwortet? Ja. Ja. Äh, gib mir mal ne Kamera. Wir brauchen ein Foto und wir müssen den provozieren. Wir brauchen kein Foto. Doch, wir brauchen ein Foto. Sorry, sorry, sorry. Ja, ja. Ja, und wir müssen dafür sorgen, dass der hier... Ja, der muss ja durch seinen Kürzefix laufen. Das geht dann raus, ne? Ähm, wer ist noch im Wagen? Tyrese. Dicke. Okay, äh, guck auf die Tafel und schau wann die Aufgabe mit dem Kürzefix... Jawoll, Marc. Zeig dich. Sag mal! Marc Smith. Was ist da denn? Marc Smith, zeig dich. Marc Smith. Marc Smith. Deine Mama ist eine... Äh, Marc Smith. Marc Smith. Und du bist ein... Marc Smith, du musst in die Suppenküche wegen Felipe. Und du hast schon wieder rumgekäfert, Junge. Marc Smith. Gib uns ein Zeichen. Du schwar... Wir laden dich auf. Marc Smith. Gib uns ein Zeichen. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Motherfucker. 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 Mark Smith. Fuck, 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 fuck. Ah, du kannst ihn auf Englisch beleidigen, ne, Mila? Ja. Ja, dann sag mal, dass ein Son of a Bitch ist und seine Mutter dicke Schwänze lutscht. Marc Smith, you damn Son of a Bitch. Du Mutter lutscht dicke Schwänze, schwör. Come here, come kill me. Motherfucker. I think I'm afraid I'm not afraid. I'm not afraid. Fuck, Melika. Come here. Fight, motherfucker. Fight me. Only Trump for president. Come here. I'm not afraid. You should be afraid. Fuck off. Look. Slam the door. Like a door slammer you've never seen before. I swear to God, motherfucker. Come fight me. Kill me. I dare you to kill me. Come here. Das ist totale Renovierer, Ad. Mark, wie hieß der Marc Smith? Buck Smith? Ist gerade alles relativ ruhig. Heng, heng. Heng, heng. Oh, mit Jodz. Heng. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, das macht ihn so. Oh mein Gott. Der hat das Buch hochgehoben, der Hundesohn. Oh mein Gott. Der will... Der will lesen. Der will lesen. Aber da steht nix drin. Wie heißt der Videonummer? Ich hab das schon wieder vergessen. Mark Smith, alter. Mark Smith, alter. Heng. Heng. Der Wagen wird nicht verkauft. 200 km oder knallt! Sieht gut aus! Was dürfen die nicht tätowieren? Ich schweige doch da her, Alter! Mark Smith! Mark Smith! Was haben wir gestänzt, ne? Ja? Ja, ja. Mark Smith! Danke, Spenden! Ja, ja, der Antwort ist... Äh, wie ist denn unsere Sanity? Geben Sie mir einen Moment. Also, du hast 31% für die E36 und B31. Ja, wir müssen weit warten. Ich bin crazy! Komm, try it! Bila, man sollte sich mit Mächten, die man nicht kontrollieren kann, nicht anlegen! Bitte! Man sollte sich mit Mächten, die man nicht kontrollieren kann, nicht anlegen! Ja! Party, Paul, aber das schmutzige Wasser eigentlich extrem selten ist! Mark Smith! Mark Smith! Mark Smith! Wir haben zu viel Sanity noch! Komm hier! Komm hier, Mark Smith! Mark Smith! Komm! I dare you! Show yourself! Show yourself! Mark Smith! Kurze Fixation! Hala! 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 Bitte mit uns erzählt, Junge! Was? Er hat versucht, uns anzugreifen! Ach so! Was für Aufgaben haben wir noch? Foto und? Foto, Zeuge eines Geister-Events! Ja, ein Geister-Events wird schwierig! Und den wird er dann auch! Obwohl der grad das Buch gibt! Wo ist denn das Buch hin? Wo ist das Buch hin? Foto! Halt's mal! Er kommt wahrscheinlich nicht! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Oh! Ich hab'n! Ich hab'n! Ich hab'n! Ich hab'n! Ich hab'n! Er ist ein Hundes Ton! Du Mistgeburt! Fängt der meinen Nacken, Junge! So ein großer Umweg, der steht neben mir, der Wichse. Er steht direkt neben mir, Alter. Foto haben wir? Haben wir alles? Nee, wir brauchen... Habt ihr alles, habt ihr alles? Nein, doch haben wir. Nein. Doch haben wir alles, ja. Oh mein Gott. Gespenst, ne? Der ist traurig, der ist depressiv. Der ritt sich die Arme auf. Der ritt sich die Arme auf. Willkommen zurück. Ich habe ein paar Jobs für Sie. Alle hatten 10 bis 6% Sanity und 3 bis 77%. Ach, ich habe zwei Fotos von dem gemacht. Ich habe zwei gemacht. Ach, ich habe eins gemacht. Ich habe das hier gemacht. Das hier unten. Ich habe eins gemacht. Von der Seite. Ja, aber das sieht man eh immer. Der hat ja eine Achse in der Hand. Ja, Mann, Alter. Ja, der... Der ruhig. Schlaf gut, Kölsch. Ja, kommen wir mal. Nur eine Runde. Haben wir was Gutes? Schlaf gut. Ähm, nur Farmhaus. Kein... Äh, nichts. Doch, die Highschool. Auf Profi sogar. Okay, wir machen Highschool. Ja, warte. Wenn die Parrys dann ein Spiel wieder... Nee, geht, geht, geht. Alles gut, alles gut. Dann soll ich irgendwas kaufen. Immer irgendwas auffüllen. 2008. Ey. Sag mal. Tyrese, du musst nur bereit machen. Ja, ja. Da rührt. Oh, bitte nicht abstürzen. Oh, Hase. Warum bist du denn so schnell im Spiel? Oh mein, oh mein, wo bin ich, oh, verpiss dich, Junge, ich geh mit Mila, Mila, die hat mich angefasst, dafür fass ich zurück, verpiss dich, Junge. Ich hab EMF bei, Videokamera, EMF und Taschenlab hab ich, oh mein Gott, alleine, Charles Johnson, let's go, ja, wir gehen nach oben, oder unten, wir gehen nach unten, wir gehen nach unten, hier nach oben. Voll süß, dass du so klein bist. Ich kann das Schattiv nicht aufheben. Komm, speedrun, Mila. Schließlich. Rechts, ich, links. Ne, 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 bleib schön bei mir bitte. Alter, meinst, klingt wieder zu. Charles Johnson, gib uns ein Zeichen. Wie hieß der Kerl nochmal? Charles Johnson. Sorry. Blau, mein zweites Follower. Ja. Charles Johnson. Das stimmt ja gar nicht, Kyuubi. Memo? Hast du das gehört, Mila? Memo? Ich hab die Memo gehört. Charles Johnson, gib uns ein Zeichen. Gibt's ja eigentlich auch Knochen. Danke für die Antwort. Ich hab doch gesagt. Dann hört sich manchmal nicht. Schwanzkopf. Schwanzlutscher. Auf Klo? Meinst du? Auf Toilette, mein Freund. Charles Johnson. Hallo. Hallo, Motherfucker. Willkommen, mein Freund. Are you here? Ja. Goodbye. Gib mir ein Zeichen. Mila, Chad ist müde, mach mal was. More Zeichen. Ich sei. Mach Affengeräusche. Ich bin kein Affe. Du bist ein Affe. Du bist ein Affe. Ach du bist ein Affe. Ach du bist ein Affe. Ach du bist ein Affe. Charles Johnson. Gib uns ein Zeichen. Kolbe Jake. Alles klar? Na gut depths 당연chtensicher. Was? Charlie Johnson. Du Fregge von den Fiecher. Davon? Himме. Grazie. Waren wir hier schon? Sowohl danke für den Prime in 6. Und Eyebeam danke für den Gifte-Zap und Bucky danke für 100 Bits. Und Scully danke für den Wisdom 10. Ich komme nicht zu hoch. Ich bin jetzt in der Hälfte. Ich denke mal. Charles Johnson. Komm, boi, mio. Komm, boi, mio. Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Boah, weil auf einmal so ein Hi-Hi-Sound kommt. Böses Gottliegerl. Aber danke für den Riesapp 8. Danke an das Michi für mein Geschenk-Abo. Dankeschön, Michi. Nix kalt? Telefon? Wir haben ein Telefon hier. Ach, der macht das Telefon da, wo der ist? Okay, danke für die Antwort. Ja, ja. Ja, ja, oben, da, wo er ist. Blöde Kuh. Charles Johnson, gib uns ein Zeichen. Charles Johnson, gib uns ein Zeichen. Wir sind hier, um dich von deinem Schmerz zu befreien. Mit Asem her. Ich geh erstmal. Charles Johnson. Oh, oh, Mila. Mila, Mila, Mila. Da, da, wir haben den Raum, wir haben den Raum. Er kam da raus. Renn, renn, renn. Der ist nicht laut. Okay, ich denke, dass... Oh, so, so, ich bin für dich. Alles gut. Zeig mir, zeig mir. Nein, verpiss dich, lass mich, bitte. Komm doch, Charlie. Denkst du, ich hab Angst? Lass mich, lass mich in Ruhe, du Hundesohn. Komm du, komm du. Komm schneller, du muss selber raus, wenn ich willst. Boah, Junge, Alter. Oh, ich lebe noch. Ich spiel meine Beine nicht mehr, aber ich lebe. Aber wir haben den Raum, ich hab gesehen, wo der rausgegangen ist. Oh, ich hab gedacht, der packt mich gleich im Nacken, Alter. Grüße. Grüße. Hi, ich seh euch. Bye, bye. Auf deinen Bauchen, sag Mahlzeit. Willkommen. Was soll ich? Auf deinen Bauch hauen und Mahlzeit sagen. Warum? Dann ist das authentischer. Das war vorher rülpsen. Und 70 Millermilch trinken. Neuer Beeren. So, der kam da vorne raus. Ja, ja, hier ist Kalt. Charles Johnson. Hier vorne warten, bis zu uns rein. Bist du hier? Der regiert nur alleine. Ja, ja. Putz raus, ich will echt. Nein, wieder in den Bus und senden dich. Oh nein, wir sind am Arsch. Nein. Du, so. Komm, komm, komm. Komm her. Nein. Er ist hinter dir, er ist hinter dir. Renn weiter. Lass mich bitte. Komm, Charles. Ich orientiere mich an deinem Licht. Lauf, bitte. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Schnell für dich. Bist du hier? Er ist, ich bin hier. Ich halte mich dann am Schlüffer fest. Oh, okay. Oh mein Gott, alter. Ey, ich will jetzt mal wieder in den Bus um... Geh nix, es werden keine Pillen gefresst. Ich fress Pillen. Luli, war da was ganz anders ist, als wenn man selbst spät oder nur zuguckt, glaub mir. Also im Relaf habe ich diese Minus 13 sendet, die würde ich kurz anwenden. Ich habe ein Bild gemacht, ich weiß aber nicht, ob da was geworden ist. Ja, dann habe ich ein bisschen mehr Angst, als du. Du knallharte, gingst ja, du. Willst du alleine drinbleiben? Oh, geantwortet? Ja, 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 hat geantwortet. Geisterbox. Grüß, Villa. Ey, komm bitte mit rein, bitte. Ich habe euch lieb. Wir haben jetzt gefriert im Karton gehabt. Ähm, gefriert war noch nicht. Oh nein, bitte nicht. Da gibt es keine Tränen. Oh, oh, oh. Können es laufen. Leute, Leute. Leute, das war's. Ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb. Ich bitte 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 lieb. Ich hab's überlebt. Ich lebe auch noch. Oh mein Gott. Botti ruft an. Bitte kommt hier rein. Bitte. Ich muss die Kamera aufstellen. Bitte. Ich bin hier. Alter, der hat mich die ganze Zeit verfolgt mit seinem Kinnischen Atem, Alter. Wo ist denn das EMF, Alter? Oh nein, 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 nein. Nein. Renn, renn, renn. Du Hurensohn. Wo ist denn der? Oh, da kommt, der kommt, der kommt. Maschallah, tschüss. Wieder fischig, wieder fischig. Äh, was kotzt. Oh, ich glaub, Tari ist tot. Ihr seid, ihr seid alle low, ne? Alle auf null. Ich würd sagen, Kaffeepause, oder? Jaja, Kaffeepause. Ripping pepperoni. Tari ist tot. Oh mein Gott. Was? Was hast du? Hast du das nicht gehört? Nee. Was haben wir drinne? Habt ihr ein Duch da drin? Nein, aber Kamera. Ich hab schon wieder vier, vier Duftkerzen in der Hand. Das war ein U-Schnitzel jetzt. Haben wir Orbs? Putzefick. Was haben wir jetzt alles? Geisterbox? Ich nehm... Gar keine Aufgaben. Salz, Salz, Salz. Ich nehm Salz mit. Wir haben kein Salz. Wo ist das Salz? Doch da oben. Ich komm da nicht dran, ne? Hä? Ach, ich hatte zweimal EMF dabei, okay. Ach, wir müssen Pillen essen, ne? Ja. Oh, natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Tyrese ist tot. Ja, du sagst jetzt. Bitte flex. Mila? Ach. Wo war denn der Raum? Wo war der Raum nochmal? Ich komme euch... Ähm... Hat jemand von euch UV-Licht? Ich hab wieder am Punkt irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich hab kein UV-Licht, aber wo ist der Raum? Ja, ich komme. Ach, da hinten. Ach, hier. Boah, Alter, ich hab jetzt mal gekippt. Hihihihihi. Oh, jetzt geht's ab. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Puh, nächste Tür, nächste Tür. Du machst du. Alles okay? Äh, war nur ein kurzer Hand. Gingi. Ich hab die ähnliche gefunden. Ich hab die ähnliche gefunden. Und dann die ja ein Wutel. Gingi. Ich hab'n Foto, ich hab'n Foto. Ich hab'n Foto. Ich glaub, der ist spitzt. Ich glaub, der macht das... Komm, links, links, links. Lauf, Mila! Ich hab'n Foto, ich hab'n Foto. Hallo, Mr. Palme. Mila? Ja, alles okay. Okay, Roger. Junge, was ist mit dir? Habt ihr das Buch da reingelegt? Welches Buch? Das Buch vorher reinzeichnen soll. Ich hab kein Buch bei. Was soll ich noch seit den tun? Ich baue irgendwo auf den Gang, der läuft jetzt so überall rum. Ja, nein, das ist ja nur Geisterboxe. Geht jemand Koks verloren. Mila, wo bist du? Unten. Warum? Weil ich das Buch. Kleiner Pips, großer Pips. Kleiner Pips, großer Pips. Kleiner Pips. Oh mein Gott. Jemand hat Matheaufgaben geworfen. Tyrese, du Bixer. Verarsch uns nicht. Ja, selbe. Ja, selbe. Nee. Guck mal, ich darf das Buch die ganze Zeit mit dir da ruhig sein. Oh. Lass dich vorne rein. Machst du die Tür zu. Ey, du. Hihihi. Du bist rein. 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 Auf seinen. Vielen Dank. Ja, keine Ahnung, wo der gestorben ist. Ich hab keine Ahnung, wo der verreckt ist. Tyrese, wenn du hier bist, gib uns ein Zeichen. Okay, gib uns ein Zeichen, wo du gestorben bist. Okay, werf das Buch dahin. In die Richtung. Dankeschön, lieber Geist. Tyrese, gib uns ein Zeichen, wo der gestorben ist. Hier lang. Ich konnte noch nie Kalkulationsschema. Tyrese, du bist ein netter Geist. Wir werden dich anständig beerdigen. Das ist der Buch hin. Wir sind am Arsch, bitte. Wir sind so am Arsch, Junge. Oh, hier ist Tyrese. Oh, Motherfucker. Ja. Ponies haben noch offen, wir müssen fahren. Mal dazu machen. Hä? Der hat das Buch? Hat man ein Buch? Oh mein Gott, die Taschenlampe von dem ist neun. Vielleicht noch nicht. Oh mein Gott, die Taschenlampe von dem ist neun. Also, ich muss es schau高stoffe sein. Ich brauche die Taschenlampe einen Fluss auf die Taschenlampe. Okay, du musst ins ke Goselaas'in. Du kannst du besser aufist. Ich versuche diverse auf Christmas. Wir müssen das Buch da irgendwie hinbringen. Oh nein, Mila ist am Arsch. High five. Sehr nice. Der ist immer noch nicht da durchgelaufen, ne? Der hat reingeschrieben, der hat reingeschrieben. Da liegt schon eins. Warte. Okay. Wir brauchen die Finger... Wo bist du? Ach, wir haben Geisterbox schon, okay. Geisterbox hatten wir schon. Will dich ja nicht erpressen, ne? Aber ich hab ein Foto von dir, wie du über Tyrese gehst. Besser. Bruder, wir brauchen... Wir brauchen die Fingerabdruckding. Wir brauchen Fingerabdruckding. Das muss Tyrese haben. Oh... Oh. Aber die Fingerabdruck... Du siebile, fängt mein Leben, Alter. Mein Schnurzeln. Du siebile, fängt mein Leben, Alter. Die Wende wir können jetzt wir können jetzt noch mal zum zum truck gehen und gucken oder wir bleiben einfach hier wir müssen gucken in geister ob es keine geister sind sind fingerabdrücke wir müssen zum truck geben wir haben ein hase da der hat den schon länger abgeknallt telefon keine ahnung wie ich rauskomme generation beleidigt ja aber dann weiß ich nicht wo wir landen ja wir müssen dann auch mein gott zum glück alter auf jeden fall nette versicherung lassen wir uns schmecken hast du die fotografiert da müssen doch orbs drin sein mann bitte weg wir spielen fast nur phobia hier schmeißt schon wieder einer irgendwas rum komm er ist gut mit deinem buch du lustigen buch geklaut ja hier ist doch die fingerabdruck dings liegt doch hier warte mal emf hatten wir nix ist auch nicht wirklich ausgeschlagen geisterbox fingerabdrücke wir haben keine orbs das heißt wir müssen da fingerabdrücke haben ich glaube nicht oder oder von wie aus können wir gambeln so schon lange nicht mehr gegambelt so sollen wir nur mal rein chat da war mir schon gleich klar was sagt sanity ja wir sind so richtig am arsch wir haben noch eine pille die nutt aber keiner von uns komm fuck it wir gehen nochmal rein guck nach fingerabdrücken warte mal warte mal warte mal ich hab ne idee nimm mal nimm mal dings mit räucherstäbchen und feuerzeug damit können wir den für eine gewisse zeit lang stoppen dann haben wir ruhe zum suchen wir müssen dann gleich ausruhen oh mein oh mein gott komm komm lass kuscheln wie im rp ich bin jadis und du bist jockey fuck nein er k Scan an er an 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 er und wie Geh du da Du musst den ausräuchern gleich, ne? Aber er sehr brocky, alter Räucherwache Weißt du, weißt du, wie du das anmachst mit F? Kannst du das ohne Dings, ne? Ich hab... Ich sag ja nur Ich bin nervös, lass mich So, mach so einen Furz und ich hab Feuerzeug, der ist rein So, ich hab mir einen Beatty Wo war denn der Raum? War der da hinten oder hier? Oh, oh, oh Fuck, ich hab heute Spaß gemacht Nein Idiot Ich hab mich hier Warum hast du die Räucherstäbchen angezündet Junge? Wir haben gerade so 4 Tassen gleichzeitig gedrückt, weil ich die Lampen abmachen wollte. Aber wir brauchen keine Räucherstäbchen. Oh, 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 das ist die Links-ein die Skeletür. Der kommt, der kommt, wir sind am Arsch. Mach du zu. Du? Wie ich? Du bist halt der zu rennen. Der ist im Maul. Der kommt. 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 Oder wir müssen da rein. Wir kommen ja nicht mal in die Nähe. Wir sind jetzt in 4 Jahren. Aber jetzt können. Warum? Komm mit rein bitte. Mit drin. Doch. Oh mein Gott. Doch. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauche Fingerabdrücke, wir brauchen Fingerabdrücke. Ich habe ein Foto von dir. Wir haben keine Fingerabdrücke. Hier gibt es keine Fingerabdrücke. Warum? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein. Runter, runter, runter. Aber der Kieser, Abra. Cool, du warst. Lass dich vorne rein, nur machst du. Okay. Mehr Löcher. Ich habe so Känzer auf. Ich habe keine Fingerabdrücke gefunden. Ich habe keine Fingerabdrücke gefunden. Der Bus kommt in zwei Minuten. Entweder EMF oder Geisterorb. Aber bei Geisterorb findet der gar nichts. Also muss das EMF sein. Nein. Wir müssen zu Tyrese nochmal. Ja, oder wir fahren. Nein, wir müssen das jetzt durchziehen. Ach komm, rein in die Eure. Wie macht das jetzt? Tyrese ist unser Lagerauto. Oh mein Gott, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Junge. Ja, jetzt. Du machst zu. Dann, ich mach dich dazu. Gut, Harry. Immer ein bisschen. 1-9-1-Wall Rasta4Y Rasta4Y Du weißt schon, dass du jetzt nochmal da rein bist, wegen EMF Wo du auf jeden Fall bist... Weißt das, ja, mir gefällt das nicht Leck mich ja mal, scheiße Ja, let's go Der musste so lange nachts Boah, das kann aber auch Spirit Box sein, ne? Oder hatten wir die nicht? Hatten wir, okay Oh mein Gott, der kommt, der kommt schon Aber EMF schlägt nicht aus Du musst, du musst Aber ich mach zu Es geht ab für Dolo Ich lasse, du musst du nicht wegst. Ja, du musst du nicht der Merkst, du musst du nicht wegst. Du musst du nicht auf, du bist du nicht wegst, du musst du nicht wegst. Pfff, dein Sch liken Lass zum Truck. Wir gucken nur mal wie ein Geister, ob es wenn nichts in der Finger drücke. Ich habe keine Ahnung wo lang. Oh mein Gott, es war so klar, ne? Es war so klar, Junge. Oh, wo rechts? Der kommt. Das ist ein Moll. Okay. Oder ich schwöre, frisch die Luft kommt gerade durch meinen Namen. Wir haben echt keine Orbs, Mann. Mila und Tyree ist echt zum Polter, der ist da gewonnen. Ist das überhaupt der richtige Raum? Ja doch, ich habe die Kamera da reingetan. Wir sind doch Profi, ja. Okay, Dolon, dankeschön für den Sabonetschukon. Wir sind safe schon eine halbe Stunde hier drinnen. Wir haben keine Orbs. Geisterbuch haben wir. Gefriert Temperaturen haben wir auch nicht gehabt. EMF ist gar nicht ausgeschlagen. Fingerabdrücke, ja. Wir nehmen... Fingerabdrücke, wir nehmen Spirit. Da muss... Irgendwo sind Fingerabdrücke. Let's go. Oder wir sind einfach komplett schlecht. Das geht nicht aus der Frage. Oh mein Gott. Wir waren falsch, ne? Ich habe Oni eingetragen. Warum Oni? Hä? Weil ich mir dachte, dass es... Aber was war mit Oni dann? Gefriertemperaturen oder was? Äh, nein, nein. EMF 5. Aber das ist nicht ausgeschlagen. Wir waren ja die ganze Zeit da mit EMF. Ja, aber du hattest das auch nicht behaft da draußen. Äh, wenn sowas passiert, wie dass das Telefon klingelt, da musst du das einfach dran halten. Okay, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig mit der Welt. Ja, auch das... Ich... ich mach aus. Welcome back. Okay, EMF kann buggen, aber ist überhaupt gar nicht ausgestanden. Das ist komisch. Werde ich mir aber für nächstes Mal merken. Äh, Kiba, Dankeschön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Kedolo, wie gesagt, Dankeschön für den Sub und willkommen. Malorius, Dankeschön für den Prime 6. Und Gott, die Gülle, Dank für den Rüst am 8. Und The Wall, Dank für den Prime 6. Mach weiter so für jeden. Ich hab keine VR-Brille. Und ich glaub, ich würd das auch nicht aushalten im Vorjahr. Hier ist doch Kopfschmerzen. Also Johnny hat das schon gespielt mit VR. Ich wünsch euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich geh jetzt in der Heierbuch. Macht keinen Quatsch, wo immer auch hier hingeht. Lasst euch nicht anquatschen. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, hat wenigstens Spaß gemacht. Bisschen heute. Bisschen. Und gute Nacht. Tschüss. Bis nachher. structural violence X 2 Montage. Tschüss. elen Noch ein trob сейчас. Schönen wechsel. ca. Me resten そchen. Die beiden queer lobbyen. Bis zum nächsten Mal.